Wir rücken die Stellung des Kindes und spüren, wie alle Anspannung des Tages einfach dahin schmilzt. Die schmilzt nicht wegen der Stellung alles, das liegt in der brutalen Hitze. Ist hier keine Klimaanlage? Das ist Hot Yoga. Jetzt kommt langsam aus der Stellung des Kindes nach oben und geht in den herabschauenden Hund. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du einen absolut fantastischen Arsch hast? Jetzt sucht euch einen Partner und geht langsam in Salamba Savangasana. Entschuldigung, aber ist das der Anfängerkurs? Der war 10.30 Uhr, das hier ist Agro-Yoga. Und dann hochdrücken in Richtung Decke. Atmet gemeinsam. Im Einatmen die Arme über den Kopf. Und in der Ausatmung nach vorne beugen, eurem ganzen Gewicht auf eurem Kopf. Langsam atmen und die Beine öffnen. Und weiter. Einatmen. Etwas weiter. Und jetzt öffnet ihr so weit, wie ihr könnt. Ist das normal, dass Yoga anternt? Mhm. Bist du angetannt? Mhm. Können wir abhauen? Mhm. Jetzt, dann los. Mhm. Mhm.